Hallo liebe Hundefreunde, kennen doch Sie das Problem mit Ihrem treuen, kleinen, schnurzi-burzi-Vierbeiner? Wenn er eine Leine zerrt und Sie gar nicht damit zurechtkommen, damit ist nun Schluss. Dank Speedomat! Tja, schauen wir mal, wie Frau Hüttenrauch das macht. Na, war das nicht fantastisch? Dann wollen wir mal sehen, wie das gleiche Herr Schnippelpuhl macht. Kling, komm!